Scheiß drauf, was wissen die schon? Das ist doch nur ein Wort. Die können nicht dein Leben ändern, nur weil sie sagen, du bist eine Sache. Ha, von wegen. Na, da frag mal meine Vorfahren. Eben noch bist du in Afrika, wäschst deine Kleider im Fluss, die Tittis hängen raus, alles easy. Und zack, auf einmal bist du in einem anderen Land und wirst von Thomas Jefferson gebumst. Wow, bei dir wird Geschichte lebendig.